Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Ori and the Blind Forest. Wir befinden uns immer noch im Horu-Berg und sind hier dabei, die ganzen Lava-Ströme so ein bisschen zum Erkalten zu bringen. Das ist allerdings kein so einfaches Unterfangen. Auch wenn man das natürlich gerne so hätte, aber so leicht ist das eben nicht. So, jetzt ist das hier rechts, glaube ich, wieder hübsch, soweit ich das gesehen habe. Jep, jetzt kann man hier rein, einmal speichern und hier mal gucken. Aber das Kartensteinfragment habe ich immer noch nicht entdeckt und das ist etwas, das mich doch ein bisschen nachdenklich stimmt. Ich habe gerade auch einmal kurz die Gunst der Stunde genutzt, also die 5 Sekunden Pause, die ich gemacht habe gerade. Und habe geschaut, mir fehlt noch eine Energiezelle, die wird sich wahrscheinlich hier irgendwo befinden, nehme ich mal an. Was ist das? Naja, so wird es nichts. Naja, so wird es nichts. So wird es. Gut, 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 gut. Das kann nicht gut gehen. Ähm, nope. Kommst du bitte wieder runter? Ich muss da von der anderen Seite ran. Sonst bringt mir das nichts. Genau. Scheiße. Ich wollte gerade die Seite wechseln, aber so einfach hat mir das Spiel das dann doch nicht gemacht. Geh weg, geh, sterbe, sterbe machen. Fände ich geiler. Feind? Du stirbst nicht. Geh weg da. Jetzt aber. So, bitte einmal von hier. Okay, okay, okay. Das haben wir geschafft. Darf ich hier bitte einmal kurz? Dankeschön. Was ist hier oben? Ich kann das nicht von dieser Seite. Das muss ich leider von der anderen Seite tun. Au, 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 au. Alle weg, alle weg, alle weg. Und pop. Yes, 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 yes. Sehr schön. Der nächste Lava-Strom ist gekillt. Sehr gut. So, das hier nehmen wir uns natürlich trotzdem mit. Okay. 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 57% Das ist echt ein Riesengebiet hier Wahnsinn Schätzungsweise kommen wir jetzt Gegenüber rein Aber wie gesagt, wo ist das Kartensteinfragment? Wo ist es? Ich habe leider keine Ahnung Okay, das wird ziemlich scheiße Musst du jetzt einfach hier wieder gegenüber hin Ich bin noch aufgeladen Aber ich möchte gerne speichern vorher Danke Scheiße Ich kam nicht hoch genug Sag mal, was mache ich denn? Hallo Ori Was? Was? Ich bin noch nicht Scheiße Da muss es aber irgendwie hingehen, auf jeden Fall Oh mein Gott Und nun? Seins Licht, wieder mal Gott sei Dank Ist hier irgendwie was noch? Hier oben möglicherweise noch was Nein Nein Oh mein Gott, wie soll man denn hier diesen ganzen fucking Weg wieder rauskommen, ey, im Ernst Ist doch nicht mehr normal Oh Gott sei Dank Geht wieder raus So rechts war ich, also gehen wir jetzt eine Runde nach unten ein Stückchen Hier unten ist auch noch ein Eingang Das kann ich leider nicht kaputt machen Was, was das? Ist nichts Ah, cool Was? Wie soll ich das denn schaffen? Das muss schneller gehen Da habe ich gerade Was zum Fick war das denn? Aber Moment, hier ging es noch nach unten Hier unten ist noch mehr Oh Gott Oh Gott Speicher bitte einmal Danke sehr Ist das in diesem selben Raum? Da unten ist es trotzdem noch heiß Schön Oh fuck Ah, was ist das denn jetzt? Ja, das ist ja eine hervorragende Geschichte hier Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Schnell leer Danke sehr Was? Okay, da war es schon wieder verloren Oh mein Gott Ich will erst einmal schnell speichern Vielen Dank Hier noch irgendwas? Ne, aber ich will da dann erstmal in die Tiefen Bevor ich irgendwie noch weiter gucke dann Ich glaube, wir sind Langsam aber doch relativ sicher In den letzten Zügen dieses Dungeons Wird noch aufgeladen Na gut, das macht ja auch nichts Okay Okay Aber hier unten geht es definitiv noch weiter in dem Berg. Da drüben ist auf jeden Fall noch was. Aber warum habe ich noch kein Kartensteinfragment gefunden? Das ist das, was ich nicht verstehe. 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 Okay, da oben müssen wir auf jeden Fall was machen. Wie kommt man denn da hin? Ich muss da oben irgendwie rankommen. Das war schlecht. Wie kommt man denn da hin, sag mal? Ach so. So. Ich sehe. Das Ding muss man also... Ziemlich. Ich sehe. 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 Vor allem uns 이것도 passieren. Drando. Sorry. Oderlos, ein DMvchsel. TE But ... Drei. Komm schon. Nein, ich will das. Nein, scheiße. Das kommt ja von da oben. Äh, zu spät mitgekriegt. Mist. Na dann, wollen wir doch mal. Nein, da rollt er da wieder runter. Girds. Kommst du mal bitte her? Ich danke dir sehr. Ja, ich habe absichtlich gereimt. Bitte. Bitte tu es. Vielen Dankeschön. Ja. Ah, die Frage ist nur. Wie kriegen wir das da oben hin? So. Komm mal bitte her. Du liebste Kugel. Du Felsen. Du was auch immer du sein möchtest. Das ist sehr gut. So komme ich da ja nicht ran. Ne, warte mal. Kommst du mal bitte nochmal ein Stückchen hier rüber? Hm, nope. Ja, genau das. Was? Was? Mann. Am Arsch. Das war doch scheiße. Manu. So schwer ist diese Stelle doch nun. Eigentlich nicht, oder? Oder habe ich irgendwas verpasst? Optimal, sollte man meinen. Ups. Bitte einmal plopp. Ich möchte gerne das hier oben auch mit haben, eigentlich. Bleib brav drauf. So. Na. Na ja, zumindest komme ich hier jetzt schon mal rüber. Ich meine, das ist ja auch schon mal sehr viel wert, oder? Alle gut? Jo, alles schick. Wie komme ich denn diese kack Erfahrung daran, sag mal? Wie gesagt, warum habe ich den Kartenstein nicht? Also das Fragment nicht. Juhu. Ist noch weiter abgesunken. Das erfreut mich. Ich habe es fast geschafft. Und trotzdem noch kein Kartensteinfragment gefunden. Und auch noch nicht. Diese Energiezelle, die ich noch brauche. Ich habe es irgendwie geholt. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es. Geil. Autsch. Nö. 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 Ist das denn zu fassen? Ich wollte gerade rausgehen. Mann, oh. Oh, es ist ja ätzend. Bitte speichern Sie einmal. Und Leute, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und gucken uns in der nächsten Folge an, wie das hier weitergeht. Vielleicht ist es dann auch schon das Finale. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaut doch auch da wieder rein. Und bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.